Herzlich Willkommen zurück zur Let's Play MyCraft Tech It Light weiter mit Spawny. Yeah! Yeah, so, wir laden unsere Schuhe auf und laden unser Jackpad auf. So. Und, was wollte ich denn mitnehmen? Ach, Steine. Die Rohre mache ich wieder hier in diese schöne Kiste hier. Dafür ist sie da. Und dieses Teil. Die Eimer kommen... Haben wir nicht eine Kiste hier? Doch, da steht doch auch extra eine Kiste dafür, wollte ich doch gerade sagen. So, eine Kiste dafür. Nein, hier liegt schon der erste Setzling. Wollen wir den irgendwo zuordnen, diese Setzlinge, oder willst du nicht? Ja, doch, doch. Ja, da kommen sie alle raus. Was wollte ich denn? Achso, Steine wollte ich mir mitnehmen. Nehmen wir uns mal drei Stacks mit. Ich glaube, so drei Stacks Steine sollte ich mit auskommen. Das sind ja, glaube ich, alles nur Fichtenbäume, ne? Ja. Aber ich habe gerade eine andere Idee, was ich erst mache. Oder... Ja, doch. Ich will jetzt gerade das andere machen. Und wie hieß das, das große Spannungswerk, was wir bauen wollten für die Batterie? MV? Ne. Achso, hier. Hast du schon gebaut? Noch nicht. MFE? MFE? Ja. Und du brauchst MFSU. Du brauchst halt noch die... Ne, warte, ich muss mir das jetzt nochmal... M... S... MF. Ach, MF. S... Maria, Franz, Sarah, Olaf. MFSU, ja. Ja, du brauchst du noch die blauen, die sechs drumherum und das obere Advanced Circuit. Okay, baue ich aber... Den haben wir den Dinger, das habe ich dir schon gegeben. Advanced Circuits baue ich mir dann mal gerade. Ja. No, no. Okay. Äh... Advanced Circuits... Da brauchen wir Lab... 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 Baratelus... Und... Golden... Golden Staub. Haben wir Golden Staub? Gold... Staub. Jo, komm mal. Ne, das ist Glowstone. Ne, du brauchst du Glowstone. Echt? War das Glowstone? Habe ich mich jetzt so verguckt? Ich hätte gedacht, das ist der Gold Staub gewesen. Und... Glowstone, ja, hast echt recht. Ja. Nehmen wir uns einfach mal mit. Äh, was habe ich noch gesagt? Diese blauen... Dinger da. Das war zu mir. Genau. Ich kann das nicht aussprechen, es tut mir leid. Das ist ein Wort, das ist ja... ekelig. Bla 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 bla. Okay, den. Uh, ich brauche mir Stein. Andi hat mir den und den gebraucht. Ich brauche noch den. Der ist andere Teil. Welchen anderen Teil? Elektros, äh, den Elektro Dinger muss ich erst noch bauen. Na, wenn du auf MFSU klickst, brauchst du das obere und die goldenen Dinger drumherum, die blauen. Ne, ich muss erst den Elektronik Circuit bauen. Normal, ja, damit du das advanced Ding bauen kannst, ne? Genau. So, das habe ich jetzt getan. Ja. Drei Stück brauchst du davon glaube ich sogar. Ne, einen. Einer reicht. Ne, hab ich schon fertig. Ne, hab ich schon fertig. Sehr schön. Eins. So und jetzt brauche ich... Drei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, dreizehn Stück raus. Ach du scheiße, haben wir überhaupt so viel noch Kupfer? Ja klar. Und so viel Wabba? Ja klar. Graber mach ich mir eigentlich den Kopf drum. Wabba, wabba, wabba. Dreizehn von den Dingern brauchst du insgesamt. Ja. Ich baue mir erstmal eine Stack Kupferkabel. Deine wieder zugelegt hier, alter Schwede. Echt? Hm, aber ich... Ich verriere das gerade wieder eine Scrapboxen um. Ja. Da haben wir Schuld alles. Die neue dürfte aber nicht daran schuld sein. Noch lange nicht. Zumindest meiner Meinung nach dürfte die da dran nicht schuld sein. Und dann ist er auch noch nicht. Immer noch. Kannst du mir gefallen tun? Wafit Iwin, oder wie der heißt, Wafit Iwin. Ja. Dem bräuchte ich. Zwölf, zwölf mal. Zwölf Stück hast du gesagt, brauche ich, ne? 13. Wenn Du uns einen schon gemacht hast, dann zwölfer. Ja. 12, 24, 36, 48, ah ich habe auch zu wenig. Ne, ne, doch. Ich muss nochmal Robber machen. Ne, ma, ne, ma, wir werden nochmal 32 Minuten finden. Du hast du ein Stück vertraut, ne? Dannаться ich das rund. Danke. Machen wir hier nochmal. noch mal stand raus das legen wir da rein die anderen liegen auch da okay weil das mit dem strom leute das müssen wir jetzt erstmal erledigen weil sonst kriegen wir hier nämlich nie ein vorrat kann dass das so einfach machen einmal bauen danach einfach nur klicken ich lerne das noch oder schön so ne ja das ist echt viel einfacher nur zwölf stück ich habe jetzt insgesamt 12 ein blauen habe ich ja schon sollte unterreichen und sonst müssen wir noch mal einbauen 1 2 ist ganz genau und kein strom ja ich kann gerade pennen gehen sonst haben wir hier stillstand der maschinen das geht gar nicht das mögen wir beide nicht leute das geht das geht überhaupt gar nicht klar ja stillstand der maschinen ist ein absolutes no go deswegen brauchen wir unbedingt diese große box und außerdem kriegen dann denke ich die maschine auch mehr strom genau scheiße ich muss noch aus redstone dieser anderen kam da herstellen redstone geht uns so langsam aus blöcke heraus gemacht ach ja stimmt ja andy ja auch diamanten weg stück das kann nicht sein noch 1 2 3 4 5 6 6 ja hast recht ja 6 6 6 das wird drinnen und table drin danke ich sehe sie gar nicht sind bei mir nicht an draußen wieder reingehen verlierst du nicht sondern raus geht jetzt sind sie dran so was machen wir denn schön aus dem uu meter hier wieder fünf stück falsch wird jetzt habe ich einen fehler gemacht energie ist sein doch war richtig oder nicht ja ein diamant in der mitte und redstone drumherum genau das ist ein energiekristall aber weil er bei mir anders aussieht der ist nicht rot ja der ist rot weil du den normalen machen musst und dann musst du da die anderen dinger noch drumherum ich kann davon aus den roten energiekristall da muss dann lappes lazuli und die zwei electric circuits drumherum brauchst du noch nicht drum kannst du nicht stapeln 1 2 3 4 normalen inventar packen 5 es müsste 6 sein da ist noch einer ja hier hast du deine schleimdinger kannst du einsammeln ich habe mich vor mir gerade geworfen so jetzt habe ich die die Ahem! Redium-Erds Schizzle-Stone Das Das war's Jawohl, fertig Puh, so, jetzt baue ich die drei Bettboxen ab Die kann man einfach so abbauen, genau Das war scheißegal bei den Bettboxen Weißt du, was mich wundert? Erzähl Ist da Strom leer? Nein, ich habe doch gesagt, ich baue die Bettboxen ab Achso Scheiße Ich braue mal einen Schraubschlüssel zum drehen Ja Ups Warte, ich baue wieder an Oh, das war eine Bettbox jetzt Wo ist er hin? Ist das kaputt gegangen? Nein, 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 ist da Warte mal, ich mache es diesmal, ich versuche mich mal so hinzustellen Jetzt ist der Ausgang unten, passt Ja Hast du noch so Diamanten, diese Kabel da? Ups Hier, warte Bring einmal hoch Jo, danke Soll ich einen tiefer machen, oder direkt? Direkt nach links Ja? Ja Läuft nichts, ne? Ja, was hast du denn hier kaputt gemacht? Ja, das hat gerade geknallt einmal So, dann ist das Ding ja explodiert Und Da sind beide Dings kaputt gegangen Ich gab nämlich gerade so einen richtigen Funkenkegel Oh nein So, jetzt habe ich sie angeschlossen Aber er geht trotzdem mich, ne? Aber er geht trotzdem mich, ne? Ich gab's noch Doch, klar, läuft Ja, du hast die, äh, Recycler kaputt gemacht Okay Aber warum? Weil der Strom einfach abgezogen ist Guck mal an deinem Rechner an Ich hab rangesteckt Ich hab rangesteckt Und es hat Puff gemacht Ich hab so richtige Funken gesehen Mein Gott, baue sie neu an die Aber aufladen tut sie sich trotzdem nicht Ah, hier, der Ding ist auch kaputt Ja, der spuckt nämlich hier MFSU, der spuckt 512 EU raus Das ist viel Ah, da müssen wir Äh Ja, meins Umwandler Muss man da noch klatschen Oh, du hast sogar noch deine Schuhe drin gehabt Und dann noch Ja, genau Ist das auch kaputt gegangen? Äh, Charging Bench haben wir noch Okay Na gut, ich hab wenigstens meine Schuhe und das voll gekriegt Äh, äh, was Dafür brauchen wir Ja, warte Ja, gut Kümmerst du dich darum? Dann kümmer ich mich erst um die Dingens Jaja, mach mal Ja, Leute Jetzt haben wir ein Problem In dem Sinne gibt die zu viel Strom raus Dadurch fetzen die anderen Geräte weg So kann man das jetzt sagen Genau Und die anderen Geräte haben sich glaube ich Gerettet dadurch Dass sie Nicht im In Betrieb waren Kann das sein? Probieren wir mal Ich glaub die haben wir nicht Ja Ja Es geht alles kaputt Ja Mach Nicht weiter Nein, mach ich jetzt auch nicht Es geht alles kaputt Also alles was in Betrieb war Wird zerstört in dem Sinne Ja Ich trenne mal das Kabel ab Andi Als Sicherheit Ja, gute Idee Außerdem kann sich der MFSU dann auch gleich voll laden Genau So Leute, wir gehen dann erst Wir machen Ja und wenn ich die Badbox daran hänge Die Badbox gibt ja nur wieder 32 raus Verstehst du was ich meine? Ich weiß nicht ob die Badbox 512 überlebt beim Eingang Die Badbox zerstöre ich Das ist mir egal Das riskiere ich Andi Naja mach Okay Äh Kannst du mir nochmal Die Kabel Ach die Die Ne Die Kabels rauswerfen Welche? Die 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 Kabel Das ist gar nicht selbst dran Achso Die hast du da reingelegt Die Glasfaserkabel Achso Du brauchst die Glasfaserkabel Ja Hinter dir Hinter mir Hier ist nichts Hast du schon aufgesammelt Achso Ich hör das gar nicht mehr Warum? Früher hat man das immer so Flupp gemacht weißt du Jetzt hab ich aber gerade bei mir Glück gemacht So dann gehen wir nämlich bein Nehmen hier eine Glasfaserkabel machen das da ran und klemmen dann ne, Bedbox wird zerstört okay, es war ja ein Versuch wert wäre ja auch zu einfach gewesen bei Tech It Light wieder gut Leute, wir sagen wieder vielen Dank fürs Einschalten bei MyCraft Tech It Light wir hören uns morgen wieder, tschüss tschüss